Die auch. Ja. Deswegen hat man die ersten Autos auch alle rot gehabt. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Spannend steigt. Die armen Frauen, die sind den ganzen Tag am Kochen, dann Kinder machen. Dann fahren wir mal diese Woche mal da runter, testen mal richtig. Auf eine Strecke kriegen wir irgendwo. Aber nach so viel Arbeit will ich noch mal richtig. Ja, aber nicht richtig börsten. Richtig fahren. Ja, 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 du treibst es sehr schlimm damit. Robert, die Dinger, die hasse ich immer, richtig? Ja, die gehen immer strecken auf die Büchse. Das ist genau wie bei einer Jungfrau. Man verkritt noch nicht mal eine Büchse auf. Der Sommer, man kann morgens, abends zu essen. Eine Nudel ist wirklich ein sehr leckeres Gericht. Man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt. Einer ist gerade morgens aufgestanden, isst gerne Nudeln. Der macht sich auch morgens Nudeln. Eine Nudel kräftigt. Eine Nudel kräftigt nicht nur, die hat Energie, bringt sich. Die Nudel schmeckt. Darauf kommt es an. Ja, da hat er noch einen stehen. Ja, ich hole ihn raus, klar? Ja, ist klar, er holt ihn raus, können Sie kommen. Moment, er will gleich vorbeikommen, Peter. Da holen Sie ihn raus. Okay, können Sie machen, er holt ihn schon mal raus. Ich möchte gerne erst mal irgendwas im Fuchsschwanz oder irgendeinen anderen Schwanz haben. Horst Günther, ich habe keinen Schwanz. Ich habe so einen Schwanz, den könnt ihr mal abschneiden nachher. Dein Schwanz? Ja. Wo ist das Ding denn her? Die Tomate ist eine Frucht, wie die Kartoffeln, wie die Nudeln, wie der Reis. Peter hat fürs Erste genug geschlafen. Er will sehen, was seine Brüder mit der Ente treiben. Und dann stecke ich ihn rein, muss aber richtig machen. Ich stecke das in einem richtigen tiefen Loch, einmal ungesprittet. Der andere Gewichtverteilung. Alter, Uwe! Abschlusswasser. So, jetzt geht es auch schon langsam dem Ende zu. Hoffe ich. Super L месяц. Super L wird odpowied nicht unterbauen, wo die Welt ist. Untertitelung. BR 2018